Das große galaktische Ereignis am 19.12. Schnall dich an, halt dich gut fest, denn es gibt energetische Turbulenzen und die werden jeden Menschen erreichen. Was alles damit zusammenhängt, erfährst du jetzt gleich in meinem Video. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Monika Neriana Kardinal. Ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz vertreten. Wir sind eins der größten Online-Portale im Webinar-Bereich für spirituelle Weiterbildung. Und wenn du weiterhin die wichtigsten Nachrichten und Botschaften aus der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere bitte meinen Kanal. Ich danke dir jetzt schon dafür. Ja, und heute geht es um dieses riesengroße galaktische Ereignis am 19.12. Denn um 5.35 Uhr stehen sich die Sonne auf 28 Grad im Schützen und der Mond auf 28 Grad im Zwilling zum letzten Vollmond dieses Jahres gegenüber. Und das sorgt in unserem Sonnensystem für ganz große Turbulenzen. Das alles, was mit der Sonnenfinsternis am 4.12. begann, wird heute seinen energetischen Höhepunkt erreichen. Also nicht heute, sondern am 19.12. diesen energetischen Höhepunkt erreichen. Und es geht heiß her, ihr Lieben. Diese Zeit ist ganz wichtig für uns, denn es können Dinge geschehen, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Es können einfach unvorhergesehene Ereignisse, Turbulenzen hervorrufen, die uns alles, was wir bisher so ein Glaubenssätzen angehäuft hatten, alles über den Haufen werfen. Es ist also mit sehr starken Energien zu rechnen, mit Turbulenzen sozusagen. Und so kann es sein, dass Regelungen, die bis jetzt okay waren, auf einmal umgeworfen werden und neu definiert werden. So zum Beispiel in Niedersachsen, wo das Gericht gegen die 2G-Regelung entschieden hat und jetzt wieder die 3G-Regelung in allen Geschäften gilt. Das ist ein Zeichen für mich, dass die galaktische Energie aus dem Zentrum der Galaxis, ich stehe mal auf, ich zeige euch mal, was ich damit meine. Schaut mal, hier seht ihr diesen Kreis. Das ist für mich so das Licht aus dem galaktischen Zentrum. Und dieses Licht, diese Kraft, die wirkt im Moment auf uns alle ein. Die berührt jeden Menschen, egal welche Stellung er hat. Also die berührt auch unsere Politiker. Und das ist so eine Wende-Energie, eine Energie, die Neues bringt und natürlich sehr turbulent sein wird. Wir wissen nicht, was alles daraus entstehen kann, aber ein sehr gutes Vorzeichen ist jetzt das, was in Niedersachsen geschah, ihr Lieben. Diese Ereignisse, die geschehen können, man kann sie auch so erklären, sind teilweise für uns so, als wären sie nicht von dieser Welt. Das galaktische Zentrum hat die Eigenschaft oder das Niveau oder Bereiche zusammen zu verbinden und zu vermischen, sodass daraus etwas ganz Neues entsteht und wir damit überhaupt nicht gerechnet hätten. Das kann uns also noch viele Überraschungen bringen. Es ist eine sehr, sehr, sehr aufregende Zeit. Und wir sollten unsere Energie jetzt dann auch in die optimistischen Vorstellungen hineingeben, dass sich Dinge ereignen können, auf die wir schon lange gehofft haben oder an die wir noch gar nicht gedacht haben. Also alles das ist jetzt an dem Vollmond möglich. Und wie ihr wisst, die Energien wirken ja auch schon immer ein bisschen vorher und ein bisschen nachher. Wir werden natürlich auf jeden Fall eine tiefgehende Meditation machen, um in diese Energie richtig hineinzukommen. Und ich werde sie ja auch kanalisieren, sodass du, wenn du dieses Video später anschaust, immer noch mit genau den gleichen Energien in Berührung kommst, wie wenn du jetzt aktuell dabei bist. Also es ist einfach eine ganz große Chance und eine tolle Möglichkeit, die jetzt vom Universum durch die Sternenkonstellationen in der Astrologie sich ergeben, wird diese große Energie frei, die ganz viel Neues bringen kann. Und deswegen schnallt euch an, es können Dinge passieren, an die ihr nie gedacht habt. Also auch für euch privat im privaten Bereich können ganz neue Dinge sich auf einmal auftun und ihr seid richtig happy darüber. Ihr seid richtig, wow, jetzt kann ich losgehen. Jetzt zeigt sich mir dieser Weg, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Oder jetzt löst sich diese Aussichtslosigkeit plötzlich auf und ihr erkennt, was ihr als nächstes tun könnt. Also das alles bringt uns dieser Vollmond, der letzte Vollmond in diesem Jahr. Und diese Energie sollten wir unbedingt nutzen, denn sie ist ja für uns eine Hilfestellung der geistigen Welt. sie ist auch etwas, was in uns die Dinge, die schon so alt sind und die so fest sitzen, die diese Dinge lösen kann. Und von daher sollten wir auch mal in unser Inneres schauen und gucken, was ist für mich persönlich jetzt das Wichtigste, wo sind alte Dinge, die ich nicht mehr brauche. Denn, und das dürft ihr nicht vergessen, wenn jeder für sich selbst aufräumt in seinem Innersten, dann beginnt sich auch das Äußere aufzuräumen. Das ist dieses kosmische Gesetz, so wie im Innen, so auch im Außen. Also beginnen wir doch jetzt am besten mal alle selbst im Inneren aufzuräumen, um dann dem Außen zu ermöglichen, auch aufzuräumen und in eine gute Schwingung hineinzukommen. Du könntest jetzt für dich selbst schauen. Wie oft plagen mich Zweifel, Zweifel oder Sorgen, zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 10, da kannst du einfach mal gucken. Und dann solltest du auch noch schauen, bin ich mehr im Fühlen oder bin ich mehr im Denken? Was bin ich für ein Mensch, ein Kopfmensch oder ein Gefühlsmensch? Und wie fälle ich meine Entscheidungen? Von der Intuition her, vom Denken, vom scharfen Überlegen oder einfach so aus dem Herzen heraus? Oder dann gibt es auch noch etwas, was du mal prüfen könntest. Bist du ironisch, sendest du also, wenn du was sprichst, zu doppelten Botschaften? Oder sind deine Worte immer ganz klar, dass da keine Ironie dahinter steckt? Und dann kommt das Geistige, wo du dir überlegst, nehme ich denn eigentlich auch schon Botschaften wahr aus der geistigen Welt? Ist da irgendwas, was mich also erreicht? Und wie beschreibst du deine Art zu kommunizieren? Gibt es ja Möglichkeiten, du sprichst aus dem Halschakra heraus, aus dem Herzchakra oder aus dem Bauchchakra. Wie kommunizierst du meistens, wenn du nicht dran denkst, sondern wenn es ganz automatisch kommt? Das gibt ganz wichtige Rückschlüsse auf deine Kommunikation. Und vielleicht solltest du dann den Fokus darauf legen, über dein Herzchakra zu sprechen, weil da fließt die Liebe und das Geben und Nehmen ist damit ausgeglichen. Wäre eine Möglichkeit. Und womit lenkst du dich denn am liebsten ab? Was machst du, um dich abzulenken, um einfach jetzt mal diesen Gedankenstress einfach zu entgehen? Was tust du? Da hörst du Musik, schaust du Filme, liest du ein Buch? Gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und wie wichtig ist dir Humor? Humor ist ja, wenn man trotzdem lacht, kann man so sagen. Wie ist es bei dir mit dem Humor? Hast du noch Humor oder bist du vollkommen gestresst und verstehst keinen Spaß? Möglich ist das ja auch. Es gibt also alle möglichen Situationen. Und gibt es etwas, was dich abhält zu meditieren? Ist da was, wo du denkst, ach, mache ich später und dann kommst du nie dazu? Meistens ist das ja der Verstand. Da solltest du einfach mal gucken, was der Verstand dazu sagt, ob bei dir es da eine Blockade gibt. Meditieren ist so etwas, um sich selbst zu finden. Meditieren ist etwas, um seinen Geist zu öffnen und sich in der Energie erhöhen zu lassen. Das ist ja so der Eintritt in die 5D, in die fünfte Dimension. Und es gibt auch noch etwas, was ihr vielleicht euch mal überlegen solltet. Prüft ihr auch das, was euch gesagt wird, Aufrichtigkeit? Oder nehmt ihr alles an, was man euch so erzählt? Das solltet ihr nach eurer eigenen Wahrheit mal so ein bisschen gucken, was ist für euch die eigene Wahrheit, was ist für euch wichtig? Oder klappt ihr alles? Also, ob ihr etwas hinterfragt oder ob ihr es einfach so annehmt. Diese Fragen sollten wir uns heute alle stellen und vielleicht dann auch noch das aktuelle Thema, die Spaltung der Gesellschaft. Macht das was mit dir? Bist du da auch davon betroffen? Wehrst du dich dagegen? Wie ist deine eigene Meinung zu der Spaltung dazu? Und was könnte man da tun, um unsere Menschen, Familie zu stärken? Weil das ist das Wichtige für mich jedenfalls, dass wir eine ganz große Gemeinschaft sind und so gemeinsam neue Dinge des Friedens und der Liebe erschaffen können. Das neue Zeitalter ist ja schon da. Bloß viele sehen es noch nicht. Viele sind noch gefangen in den alten Strukturen. Und wenn du dir jetzt die Fragen, wenn du nochmal diese Fragen so mit dir durchgehst und dann gucke, gucke darauf, wo bist du bei deinen Antworten noch in alten Strukturen gefangen? Wo ist etwas, was dich nicht vorwärtskommen lässt und so auch nicht erkennen lässt, wo jetzt diese fünfte Dimension schon da ist und auch für dich erreichbar wäre? Das sind Aspekte, die heute ganz wichtig sind, die für dich eine neue Perspektive öffnen können und dann die Turbulenzen aus der Milchstraße, es kommt ja aus der Mitte der Milchstraße, dich erreichen, durchrütteln und dadurch dann was Neues entstehen wird. Es gibt Sternzeichen, die besonders stark von dieser Energie berührt werden. Die werde ich euch jetzt auch gleich erzählen. Und zwar ist es der Zwilling und der Krebs. Der wird da stark von dieser Energie berührt und durchgerüttelt. Jungfrau und Waage ebenso und Schütze und Steinbock, Fische und Witter. Diese acht Sternzeichen fühlen die Turbulenzen besonders stark. Und ihr Lieben, ihr stellt euch diese Fragen ganz besonders stark. Und dann überlegt ihr, nachdem ihr das alles beantwortet habt, diese Fragen, welche Richtung kann ich denn jetzt einschlagen? Was ist für mich die neue Richtung? Denn es kommt ja das Jahresende und dann kommt man auf die Idee, etwas zu ändern, etwas Neues zu machen, das neue Jahr anders zu leben als bisher. Und mit der Beantwortung der Fragen von vorhin, könnt ihr so für euch ein Bild erschaffen, wo ihr dann sagt, okay, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das, ich ändere dies. Und ihr habt vielleicht die Möglichkeit, auch euch von alten Themen und Geschichten einfach zu verabschieden und sagen, das will ich jetzt nicht mehr hören, ich gehe einen anderen Weg. Und dadurch einfach eine Leichtigkeit in euer Leben bringen. Eine ganz neue Leichtigkeit, die durch diese Turbulenzen unterstützt wird. Es wird für viele nicht einfach sein, weil diese Turbulenzen können natürlich auch sehr stark und kräftig sein und das Gefühlsleben hin und her bewegen, sodass wir, so wie in der Pubertät, mal lachen, mal weinen müssen und uns selbst gar nicht mehr kennen. Das ist die Phase der Veränderung, durch die müssen wir alle durch. Alle, also alle Menschen, also auch die, die an anderen Machtpositionen stehen, auch die müssen da durch. Und von daher ist einiges zu erwarten, was jetzt in der nächsten Zeit geschehen wird. Wichtig, wichtig ist der Humor, das Loslachen, das Lachen können, das Loslassen und das über alles mal lachen können. In dem Moment, wenn du das geschafft hast und über Dinge lachen kannst, kommst du in diese Leichtigkeit hinein. Und die Leichtigkeit, die trägt dich dann auch leichter über den Jahreswechsel hinweg in die neue Zeit. Wir haben ja jetzt am 21.12.21 ein so wichtiges Datum. Ihr werdet von mir dafür eine Live-Sendung bekommen. Ihr werdet auch numerologische Aspekte von mir erklärt bekommen. Und wir werden intensiv in die Meditation hineingehen. Da freue ich mich schon sehr darauf und es ist ja auch in zwei Tagen schon. Und die Energie vom Vollmond wirkt da auch noch voll mit rein. Also es ist ein ganz heftiger, energetischer Moment auch, den wir mit unserer Kraft zu etwas Wundervollem, Tollen, Guten führen können, ihr Lieben. Und jetzt möchte ich gerne mit euch eine Meditation machen, so zum Einführen, dass ihr in die Energien richtig reinkommt, dass ihr den Alltag von euch einfach mal loslassen könnt, um dann gemeinsam in dem Channeling, in der Botschaft neue Informationen zu bekommen, was jetzt für uns wichtig ist und wie wir uns ausrichten können. Ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt gleich dabei. So, ich sprühe mich ein mit der neuen Zeit, weil einfach die neue Zeit ist ganz wichtig, finde ich, diese Energie, weil die schon so in uns auch die Blockaden so ein bisschen löst und uns den Geist öffnet auf die neue Zeit und auf das, was kommt, was uns die fünfte Dimension bringen wird. Geliebter Mensch, geliebter Herzensmensch, ihr lieben lichtvollen Wesen, mit großer Freude begrüße ich euch heute hier in diesem Moment. Wir sind zusammengekommen, um die Energien aus dem galaktischen Zentrum der Milchstraße zu nutzen und uns mit ihnen zu verbinden. Damit dies auch besonders gut gelingt, bitte ich dich nun, das Licht von Smarana einzuatmen. Ich bitte dich, dieses Licht so tief wie möglich in dich hineinfließen zu lassen. Und umso tiefer dieses Licht dich berühren darf, umso mehr wird sich deine Seele und dein Herz öffnen. Umso mehr wirst du nun gleich zu strahlen, beginnen und deine Leuchtkraft und deine Leuchtkraft wird sich erheben. Deine ganze Energie ist bereit, sich zu erhöhen und die Botschaft zu empfangen, welche jetzt gleich zu dir kommen wird. einströmt einströmt die lichtvolle, helle Energie der Hüter der Galaxien und die Kraft des Lichtes wird dich berühren. Du wundervolles Licht, inkarniert in dieser Zeit auf der Erde, trägst du eine Aufgabe und mit den Energien aus dem Zentrum der Milchstraße deines Universums haben wir die Wächter der Galaxien heute für dich etwas vorbereitet. Wir wissen, dass die Zeiten auf der Erde sehr turbulent sind. Wir wissen aber auch, dass du in deinem Herzen eine gewisse Stärke trägst. Diese Stärke werden wir mit der Energie, mit dem hellen Licht aus der Milchstraße verbinden, um dir zu ermöglichen, deine eigenen Schatten zu sehen und diese in Licht aufzulösen. Denn jetzt gerade stehen die Planeten günstig, um dich dabei zu unterstützen, einen Schritt in deiner Weiterentwicklung weiterzugehen. Du trägst ein Kleid des Lichtes und dieses Kleid beginnt zu leuchten in dem Moment, der jetzt geschieht. Denn wir wirken für dich und wenn du uns erlaubst, deine Seele und dein Licht in das Zentrum der Milchstraße in dieses helle Licht hinein zu tragen, dann gib uns bitte ein inneres Ja. und so nehmen wir deine Seele und tragen sie liebevoll mit deiner Erlaubnis in das Licht der Ewigkeit, in das Licht der Kraft, in das Licht des Neuen, was geschehen wird. Und hier jetzt in diesem Moment ist es dir gestattet, etwas Neues zu manifestieren. Vielleicht erhältst du eine Vision, Bilder, Farben oder sogar eine Botschaft, währenddessen wir nun Altes lösen und das Licht des Neuen in dir hinein senden. Es geschieht mit der Liebe, der unendlichen vollkommenen Liebe des Alleinen. Du bist vollkommen geschützt und deine Aura wird ausgedehnt, wenn du es möchtest. Sie wird gereinigt und ausgedehnt. wir tragen das Schöne und die Leichtigkeit zu dir. Wir bereiten dich darauf vor, das, was für dich wichtig ist, leichter zu erkennen. Wir unterstützen deine Seele, die Türen zu öffnen, welche du als verschlossen und unerreichbar glaubst. wir übergeben dir Energien als Chance und Schritt für ein neues Leben. und so nimm bitte all diese Geschenke an. Wir die Wächter der Galaxien, wir haben einen Überblick und wir sind im Universum zu Hause. Wir lenken die Energien und bündeln sie zu einem Strahl der Liebe. Und dieser Strahl der Liebe, diesen Strahl richten wir nun so aus, dass er deinen Planeten die Erde berühren kann. Und so strömt nun das hellste Licht der Liebe in der Unendlichkeit und Grenzenlosigkeit des Lichtes auf die Erde. Und du darfst auf diesen Strahl wieder zurück in dein Hier und Jetzt sanft hinuntergleiten. Wir bringen dich in dein Zuhause und auch hier wird das helle Licht ein zu als ein Mensch bist. Wir danken dir sehr für für deine Liebe und für dein Licht und ziehen uns nun langsam wieder zurück und du kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück bewegst Hände und Füße öffnest die Augen und bist wieder ganz hier. Ich wünsche euch allen eine ganz wundervolle kraftvolle Zeit profitiert von den Energien die uns einfach so geschenkt werden und nutzt sie denn sie sind da sie möchten gesehen werden und wenn du daran interessiert bist immer die neuesten Botschaften der geistlichen Welt zu erhalten dann abonniere bitte meinen Kanal klick einfach hier auf diese Kugel und schon bist du kostenlos dabei ich danke dir sehr ich wünsche dir alles liebe Küsschen